Hallo Leute, ähm... Hier so Ankündigungsvideo für Live-Film und so weiter. Link ist dann unten in der Beschreibung und... was ich spiele ja... Tom und Nase, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Fantasy trainieren und ein bisschen Tester Symphonia. Da ich aber eben festgestellt habe, dass mein Bruder mein Grabber geschrottet hat, bin ich gerade ziemlich froh, dass ich noch ungefähr für die nächste Woche Aufnahmen auf Vorrat habe. Weil... ich nichts mehr... aufnehmen kann. Scheiße, ne? Und somit kann alles, was ich heute eventuell mit dem Grabber streamen wollte, komplett vergessen. Ich bin ein bisschen angebissen von meinem Bruder. Komplett am Arsch vorbei. Also wirklich komplett so. Also selbst kaputt gemacht. Ich meine, ich habe ihn benutzt. Er hat den dann in der... er hat funktioniert. Dann lag er immer nachher wollte. Sonst nie. Mein Bruder wollte sich dann hinsetzen, dann runtergenommen und so weiter. Dann kann ja sein, dass er Kabel hängen bleibt, sondern da fällt mir anscheinend nicht. Tja, hab wohl zu leben, probieren. Wurzelt nicht. Pack. Er sagt übrigens, ich war schuld, weil ich ihn ja auch so auf den Hand hatte, zwischen ich habe ihn nicht benutzt und ich habe ihn nicht benutzt. Ähm, ja. Aber er darf ihn mir neu kaufen. Auch wenn er es nicht will. Ich nehme das Geld von ihm einfach, weil er will nie Sachen bezahlen für dir selbst. Schon trägt. Ja. Bla. Andy wird wahrscheinlich auch dabei sein und ich werde noch gucken, ob andere Leute auch irgendwie wie ich dazu überlegen kann, mit dabei zu sein. Werbung. Ja, es ist eben nur das, was ich auf Streamen machen würde. Ich trainiere ordentlich. Ähm. Toman. Toman. Dann werde ich wahrscheinlich auch noch es vormachen und so weiter, was ich eben streamen kann. Da jetzt auch Monster Hunter komplett flöten gegangen ist, kann ich das auch nicht mehr streamen. Ja. Ich brauche eben auch Grabber für. Fuck. Ungefähr zwei Drittel von dem, was ich machen wollte. Mindestens zwei Drittel. Gerade. Ach, ich bin ein bisschen sauer. Naja. Na, aber dann muss ich mir einen Grabber kaufen. Ich habe ja noch Aufnahmen. Gott sei Dank. Okay. Wurde noch irgendwas? Ähm. Nicht wirklich. Naja, außer Andy hat einen neuen Kanal, der hat jetzt gesagt, ach fuck, ich mache mir einen neuen Kanal, dann sind meine alten Videos erstens sicher und zweitens, ähm, ich bin die ganzen und treuen Abonnenten los. Ähm, sein neuer Kanal heißt Lord Zwiebel LP, Zwiebel klein geschrieben, Lord und LP jeweils groß, LP L groß und P groß. Wieso ist denn nicht Zwiebel groß geschrieben? Wegen wie habe ich das einmal falsch geschrieben heute schon? Andy. Naja. FF 0 Zelda 0 Zocker war ja nur ein Ersatz, weil normalerweise ist er immer Lord Zwiebel. Und, ähm, er ist nicht auf die gekriegt, ob er selber hinten dran zu hängen. Ach, war meine Idee. Okay. Und ich muss immer noch sein Kanal Hintergrund fertigstellen. Ich müsste auch mein Eilen noch mal fertigstellen, aber ich mache jetzt, glaube ich, sein doch, wo er es damit Erruhe gibt. Ja. Und bitte fragt mich nicht, wie Kanal Hintergrund ist verdammt viel Arbeit. Und wenn ihr unbedingt den haben wollt, dann sollte ich euch kennen und, 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 ihr sollt mindestens aus irgendwie vier, fünf verschiedenen Spiele, Serien, Charakteren, Tera haben, aus denen ich auswählen kann, wenn ich in der Wort, okay, das war jetzt doch mehr als Stream-Ankündigung, das ist also jetzt Stream-Ankündigung und bla, und, äh, somit sage ich auch Ciao und, äh, bis dann.